Bei der diesjährigen Ampha-Gala in New York kam die Creme de la Creme der Modewelt zusammen. Ob Stars wie Sarah Jessica Parker, Fergie oder Josh Duhamel und Modeschöpfer wie Kenneth Cole und Zach Posen. Sie alle setzen sich an diesem Abend für die lebensrettende Aids-Forschung von Ampha ein und feiern die Kreativen der Mode. Die Designer Francisco Costa und Italo Zucchelli erhalten für ihre Calvin Klein-Kollektion den Award of Inspiration. Es ist eine große Ehre den Inspirationspreis zu erhalten. Der Preis ist Dr. Mathilde Gewittwirt, die Ampha vor 28 Jahren gegründet hat. Es ist toll für sie und für die Organisation hier zu sein. Das ist wofür wir uns einsetzen. Und dafür ist auch sie extra aus Norwegen nach New York gekommen. Mette Marit. In einer wunderschönen Navyfarbenen Robe von H&M für gerade mal 185 Euro und mit einem umwerfenden Lächeln überstrahlt die norwegische Kronprinzessin alle. Die 40-Jährige erhält den Inspiration Award für ihr Engagement im Kampf gegen Aids. Mit ihrer Begeisterung für die gute Sache und ihrem natürlichen Auftreten bezaubert die Prinzessin ganz New York und ist definitiv der Star des Abends.